Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und bezüglich des Themas Nachhaltigkeit sind wir mit unseren Unterprozolbanddosen echt auch einen guten Weg bei OVO. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen ist das unser Kracher des Jahres. Das ist der Weg, den wir bei OVO weitergehen werden. Untertitelung des ZDF, 2020